hallo es geht weiter mit welch mal wieder hoffentlich diesmal sein tool link gegen meinen fox hoffentlich nicht so wie letzte folge der gut ja gut wenn es für dich jetzt so läuft wie für mich mit tun link in der letzten folge also du dich ja ganz am ende einmal selbst umbringen so wie es gehört nein 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 fast vor ich möchte erwähnen ich kann fox hat wirklich null ja das ist halt ich weiß ich finde die doch irgendwie ein bisschen komische durchsteuerung her das klingt wahrscheinlich dumm aber es ist einfach so er fühlt sich einfach komisch aus er ist halt schnell das wäre für mich eigentlich nicht so schlimm tatsächlich nein warum ich bin dumm ich wollte grad den fox da und er machten warum nein nein und ich mag jetzt das wäre schon zu dir hast du den wirklich der gemacht hat so weit einfach ist so kurz du weißt ich denke mir so okay kommen du musst nicht mehr schieben das zweite ding recht eh nicht mehr aus und dann trifft er mich ich kann einfach stehen bleiben oder du ja ja nein es sollte becker sein egal alles war du bist mir grad zu aggressiv eigentlich muss ich dich dafür bestrafen alles klar holy shit schade dass ich dich nicht erwischt habe alles klar was geht mit dir grad abhör auf damit ich muss ja irgendwie aufholen der kann ja wollte sagen das wusste ich gar nicht also ich weiß nicht ob er in wind welcher ball jumps kann aber ich habe ich habe es nicht gewusst also falls ja ich habe nicht gewusst das ist meine denkweise gerade erzhaft alles klar easy geroll easy das war siehst du so wie letzte letzte aufnahme letzte folge ja da habe ich mich auch selbst umgebracht jetzt kommt eine wiederholung ich sag ja wunderschöne spiel muss man ja mal gesagt haben ja gut smash ist ein gutes spiel müsst ihr wissen smash ist ein gutes spiel letzte zeit die schuld das ist gar nicht gut ja gut aber nicht schon wieder was ich mache es trotzdem aus protest ismacht wird das ist nicht wahr Ich habe gehofft, der ist irgendwie gut. Vergiss es. Der ist gut, aber nicht einfach so. Aber hey, er hat getroffen. Ja, irgendwie schon. Man, etwas unerwartet. Sag mal so. Nein, hör auf damit. Ernsthaft. Oh. Wow. Was sollte der nicht machen? Das war jetzt mein Verschuld, aber sonst sollte der nicht. Nein! Nein! Easy! Auf zu rollen wie so ein Monko. Oh. Soll ich auch noch. Alles klar. Okay. Das wäre jetzt schön ausgesehen tatsächlich. Schön ist, du spielst jetzt gerade niemand, der einen guten Smash hat. Der mich so einfach töten kann damit. Also, ich meine jetzt den Sidesmash. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Falser Buu. Alles klar. Das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ah, ne. Schade. wollen wollen und was egal so auch ernst es wird es ruhig noch weitermachen alter hast du meine flamme auch gesehen das sah interessant aus alles klar mein gott Nein! Mann! Tooling ist scheiße. Achso, Tooling. Ey, du hast auch mit Tooling gewollt, jetzt bin ich dran. Ja, ich weiß, ich sag aber trotzdem, dass er scheiße ist. Nein! Okay. Alles klar. Schade. Okay. Er sollte eigentlich einen Smash machen. Huch! 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 Ich wollte gar nicht so weit hoch, egal! Und down her! Schade. Gut, dass ich dich bestraft war, danke. Okay. Alles klar. Du weißt, dass du eigentlich nicht schieben müsstest. Ja, da fliege ich so nach hinten und das sehe ich. Ich glaube, du musst jetzt einfach dabei nur einfach nur ducken. Oh. Dann machst du es halt einfach. Ja. Alles klar. Das reicht. Nein, warum geht das nicht? Hey! Meine Steuerung! Hallo! Okay. Der wollte irgendwie gar nicht nach links gehen, aber okay. Was? Was? Technische Probleme. Ich höre, ich habe einfach links gedrückt. Nein, warum? Wir verkackten gerade beide. Ja, ich meine. Nein. Was? 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 Was ist da gerade passiert? Das war am Ende viel zu knapp, finde ich. Mein Upspash hat mich getötet. Oh, okay, gut. Beide Tunings haben gewonnen. Ist okay. Ekelhaft. 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 Das war schon das zweite. Das müsstest du jetzt auch gewonnen haben. Ja. Das war es mal wieder mit der Folge. Ich weiß nicht, es wird bei uns mittlerweile keine Bestsoftware mehr. Irgendwie wird jeder Menschen frei. Ja, aber wenn wir irgendwann mal nochmal so ein Projekt machen, muss ich am Ende von den Folgen erstmal noch fünf bis zehn Minuten schwarz Bild reiben mit Musik. Eigentlich nicht. Sonst kann man sich das ja denken nach dem ersten Kampf. Ja. Egal. Egal. Und wichtig. Das war's mit der Folge. Jo. Also beide Leute in der Beschreibung. Discord in der Beschreibung. Jo. Bye bye. Ciao.